Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Veggie, willkommen hier bei diesem Best of vom Lunar Striker Ronaldo 3 Packs Escalation auf diesem Kanal. Ich hoffe es gefällt euch, wenn ihm am Ende so ist, lasst gerne ein Däumchen da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe es ist alles gut geworden. Ein paar Packs zwischendurch habe ich off-stream aufgenommen und hatte leider im Hintergrund einen Stream laufen und habe nicht bemerkt, dass es das mit aufgenommen hat. Also wundert euch nicht, das wollte ich nur sagen. Hier, 30 Tage, Benji läuft aktuell gut. Wir sind glaube ich aktuell Tag 15. Das heißt, wir haben die Hälfte jetzt durch. Aktuell läuft noch. Wie oft habe ich jetzt aktuell gesagt? Ich weiß nicht, ich will gar nicht quatschen. Und dann geht's jetzt los. Viel Spaß. PSN-Codes trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. N-A-G-K-P-A für Rabatt. Link in der Beschreibung. Yo, 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 yo. Was geht ab, Leute? Hello zu diesem Livestream. Ich begrüße euch. Schön, dass ihr am Start seid. Zu diesem heutigen neuen Event. Ich bin mal wieder pünktlich wie immer. I'm sorry, Brazghost, but here I am once again. Und, äh, ja. Deswegen haben wir vorhin erst nochmal aufgenommen, als ich über meine Insta-Story auch gepostet habe, als Simon... I'm Pogba! Kante! Ho! Bang it! Great start to this day, baby! Great start! Und ich hoffe, ich ziehe euch doch mal wieder eine Ikone. Mensch, lass mich ziehen. Ich ziehe den once to watch. Wow! Ich will nur noch eine Icon, Alter. Ich muss nachziehen. Ich muss jetzt echt so langsam nachziehen. Oh, man of the match! Komm schon! Robben! Oh, die ist... Was? Kiss? Egal. Von der Farbe her nehme ich es mit. Das sieht lecker aus. Nice. Ja, komm raus, Digga. Du bist so eine Scheißkarte. Freu dich. Bist du wieder am Open Air Frauenfeld? Nein, ich bin dieses Jahr das erste Mal auf einem Splash-Festival. Dieses Jahr das erste Mal. Was haben wir hier noch so dabei, meine Freunde? Oh, brah, 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 brah. Skrr, skrr. I appreciate it. So, 19 Uhr. Zwei für ein seltenes Spielerset. Zwei 50k-Sets in einem quasi. Okay, let's fucking go. Let's do this. Ich glaube, wir müssen uns richtig durchhusteln und beeilen oder sowas, ne? Weil wir ziehen nämlich heute unsere nächste Ikone. Und da ist jetzt noch ein Pack drin. Okay, okay, okay. Verbesserte Gold-Upgrades. Team of the Week 2. Oh nein, Team of the Week-Set. Die sind eigentlich safe. Die müssen, ne? Ja, 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 ja. Gezogen, wow. So, ich brauche jetzt meine Pusher-Musik hier, Jungs. Haut mal, Hashtag zeig dir Schlitz in den Chat rein. Ich mache das jetzt mit ganz viel Konzentration hier. Bist du bereit? Ja, hopp. Nächstes Set. Fuck an. Schon geöffnet. Dafür fiege ich dich jetzt vor. Kommt schon, Abfahrt. Deutschland. Oh! 88er Hummels! Oh! Gündogan 85. Ja! Pusch dich! Pusch dich, Hummels! Der feiert sich! Scheiße, wir haben 85er Gündogan. Das ist halt bitter, wenn du jetzt ein 86er Lengo ziehst, musst du in das Garten. Oh, dann zieht ein 87er Midal. Stark, Digga! 88 auf Take that! Brasilien LV. 84er Benatja. 85er Luis. Moment. Das Pelé-Lied, Jungs! Das Pelé-Lied! Timo macht hier noch wieder Party. Party-Stimmung im Hintergrund. Überlebliche Anzahl ist da. Komm, Abfahrt. Hopp, 3, 2, 1, Abfahrt. Boom. Chat eskaliert nochmal. Glorious in den Chat rein. Oh! Seid, ist aus wie eine Icon. Scheiße! Machen wir erst das Inform-Set und dann das Chat-Pack, oder? Sonst hätte ich kein Pack gehabt. Erst das Inform-Set, okay. Ja. Oder wollen wir das Inform-Set auch ein Chat-Pack? Okay, dann machen wir beide. Dann machen wir erst Inform-Chat-Pack und dann ultimatives Ding-Set, ne? Ich mach die Party-Ding nochmal. Monitor. War Party? Aus, Jungs. Party. Zeig ihm den Schleiz! Okay. Inform-Set. Inform-Set, Chat-Pack, Jungs. Bist du bereit? Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Zeig die Schleiz. Äh, ist ja eine Inform! Mario Gomez! Oh, die Karol-Faddy. Auf Mario Gomez. Alles geht hier. The fucking Dog-Sound! Fibala, Aguero. Nicht das Richtige. Ronaldo kommt aber auch Roma schon, ne? Cavalio. Ah, ihr Wichser! Digga, da war alles voll von Ronaldo! Ronaldo! Oh! Der ganze Chat war voller Ronaldo! Ich hab wirklich ne kurze Sekunde dran geglaubt. Oh mein Gott, aufmachen. Wie der Eierkrauler-Gießkanne hieß. Okay? Ah, nice! Abfahrt. Hopp, mach. Drei. Ich hab's schon geöffnet. Was hast du denn? Oh! Tradeable! Roberto Firminio! Top 3, baby! Wuhu! Let's go! Aber ich hab auch... Ich hab ein 85er Lecommand. Firminio, wirklich, Alter. Heftig. Tradeable, starkes Ding! Du Hund, Alter. Im Zweiten. Der hat echt einen Firminio. 400k! Boom! Hehehehe! Boom! Hehehehe! Zwei Schuhe! Abfahrt! Komm mal, so schwimmen! Okay, 100k-Set. 100k-Set. Let's go! Man kriegt immer noch ein 100k-Set dazu. Wow, Alter, geil. Let's go! Kein Schlitz im Ersten! Schleiz. Schleiz. Schleiz ist da. Kein Schleiz! Puckpa! Oh mein Gott, kein Schleiz. Es ist schon wieder diese Verbrennung hier. Aber diesmal kriegt man mindestens doppelt so viel. Oh, Man of the Match! Komm, Abfahrt! Oh, wer ist das denn? ZM? Öh, Gang! Oh! Die sehen immer so weiß aus, die Dinger, Alter. 86er Pacero, Alter. Oh, noch Man of the Match! Für jedes geöffnete Set 100k-Set zurück. Pacero, Alter. 86er bisschen langsam. Oh! Drei Informs! Drei Informs! Und Cavalio noch! Und Cavalio noch, Alter! Ich hab Arthur Abraham, Man of the Match. Alter, drei Informs! Wow! Hechtiges Set! Hä? Alter, kommt aber auch rausgesegelt. Guck mal. Als wär's ein Robben, Alter. Ist so. Puckpa! Griezmann! Oh, Mbappé! Oh, du noch 30k-Wert. Ja, kommt rausgelaufen, mein Junge. Komm! Die nutze ich jetzt noch. Man kann FIFA Points nicht besser investieren als jetzt. Ist halt einfach so. Und noch ein Man of the Match! Jetzt aber, Robben. Komm, ein dritten Man of the Match. Schon wieder der scheiß... Englische Stürmer. Die Stürmer-Sau. Ich bin investiert, ne? Ich zieh jetzt ne Icon! Ich zieh jetzt ne Icon! Oh, nein, das wird jetzt keine Icon! Das gibt's doch nicht! Ja, oh, Iniesta! Nice! 87. Ja, den schütten sie grad aus. Oh, Puckpa! Ja, endlich Puckpa! Ja! Jawoll! Ja, Mann! Endlich Puckpa! Und dann wird er mir einfach nicht angezeigt! Ja, Digga, GG. Let's go! Als ich grad deinen Schwanz, der geklatscht hat. Ja, aufhört nicht, bis das Holz glittert! Ich zieh dich jetzt, Robben! England. Stürmer. Swansea, wer ist das denn? Ne, den hab ich auch jetzt schon dreimal gezogen. Oder zweimal. Endlich mal Puckpa, Mann! Endlich Puckpa! Iniesta Puckpa und in Form! Eins, zwei, vier! Abwart! Und jetzt noch ein knackiger Inform hinterher. Jetzt zu Ronaldo. Und jetzt noch ein knackiger Inform. Puckpa und in Form! Oh, Caballo! Oh, der Vicksa! Oh, let's go Oh, Aubameyang Come on Hat sich doch nochmal gelohnt, eins aufzumachen hier Come on Let's fucking go Nice How much is this fucking fish Oh yeah Welcome Nice Schalt es in den Ball David Lewis ist da Ka-ching Aber nehme ich mit I'll take that Kramarek 86, baby Damit habe ich jetzt aber mal gar nicht gerechnet Kante und Silva Perfekt Noch mit Baka Baka Yoko Nein Let's go Let's fucking go Nice, die gönnen, Bruder Endlich gönn die mal Starkes Ding Hi Leute Hi Leute Wie geht's euch? Wir sind heute wieder am streamen Was heißt wir? Ich habe heute meinen No-Hand-Gaming-Praktikanten Mürkan Second mitgebracht Yo, 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 yo Was geht ab Leute, was geht, was geht, was geht Wir machen heute einen souveränen Livestream Ich hoffe, ihr schaut es gerade live Oder wenn ihr das Video schaut Schaut gerne vorbei Link ist zu Mürkan natürlich in der Beschreibung drin Mürkan macht Fortnite Mittlerweile jetzt Kein Minecraft mehr Keine Wumais draus Jungs, ihr seht Ich habe extrem viele 125er Extrem Also so 20 oder sowas Warte mal Ich habe gestern Ich glaube, ich habe gestern 20 Also ich müsste ja noch 20 125 haben Ich habe noch 1700 Carsets oder sowas 87 oder Icon Gib mir die Icon Und kriegst du 100 Euro Was ist ein schlechter 87er? Da gibt es keine Wumais Deutschland Özil 88 Der Erste hat gewonnen 50er, ne? 50er auf deinen Nacken, Bruder Viva 391 Schreib mal was Ah, ich kann hier drauf drücken Die 3 Die 3 Die 3 Die 3 Die 3 Ich glaube, wir werden heute arm, Alter Da kommt jetzt noch ein Özil Özil ist halt nichts wert Das ist wirklich der Schlechtste Und jemanden zu ziehen kann 87 NIEMAAAALS Was habe ich, Jungs Was habe ich getan? Oh, shit Das ist der Allerhöhste, den ich jemals aus einem Icon gezogen habe 125 Carset auf deine Nacken Ja Oh, shit Gib mir die Icon, Bruder Heute muss der Allerhöhste Aber wer hat das alles geknäht? Deutschland 88 Schon wieder, er hat gewonnen Er hat gewonnen 89er, aber noch Nee Vinz hat noch dazu gezählt Bis zu T-Max hat noch dazu gezählt GG, alter Fuck Jungs, was tut ihr mir an? Kommt rein, Bruder Gut, wer an Özil kommt krass nicht aus? 88 Noch ein Gewinn Digga, was machst du? Digga, die bezahlst du heute alle? T-Max, herzlichen Glückwunsch, Digga Jungs, was ist hier los? Mit dem kleinen Finger Gönn wir uns Jetzt einen Agüero Bitte Kein Scheißdreck Hätte Ronaldo sein können Bei einem Rating von 89 Starkes Ding, aber ein Rating zu wenig Ich glaube, das sind auch noch mal 150 bis 200k Starkes Ding Der bringe mehr rum als ich Oh, nicht so Ah, ah Der ist sogar, ist der Trader zu? Jungs, alle in den Chats Eskalation Mach dem Jungen die 5500 voll Vielleicht schaffen wir das, ich bin mir nicht sicher Komm schon Firminio Das ist ein High-Field und nicht ein Balkan, Dieter Let's go, Digga Let's fucking go Muschie Lachen wir das jetzt live hier rein Jetzt kommt ein bisschen Limettensäure rein Okay, okay, okay Okay, das riecht nur an Energie, eigentlich kannst du ein bisschen mehr kicken Ich glaube, der Energie trinkt, überkürt er schon ein bisschen, sehr stark So, bisschen Chili-Flocken, Jungs Okay, dann ein bisschen Paprikapulver Ein bisschen, ne? Boah, Digga Und jetzt noch ein bisschen spicy Und noch den Senf nicht vergessen Und Basilikum Oh, Senf und Basilikum Stimmt, haben wir auch Boah, Digga, ist sämlich Boah, Digga Der Senf alleine Der ist ultrascharf, wirklich Alter, der Senf, der ist ultrascharf, wirklich Wie viel müssen wir davon trinken? Basilikum Boah, Digga Das ist so eklig Boah, Digga Digga, das kannst du nicht trinken Das ist so räumig Digga, lass es abbrechen Abloch Boah, Digga, das sieht richtig aus wie Kotze Wer fängt an? Kann ich anfangen? Oder? Ja, du fängst an Bitte, 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 lieber Gott Bitte, 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 ihr könnt doch Bitte, bitte, ihr könnt doch Ich dachte kurz Ist das Ibra? Außenland Oh, es ist die 83er Leute, es gilt jetzt nur noch einen 83er zu kaufen Es gilt nur noch einen 83er zu kaufen Mein Pulsgrad auf 3000, wirklich Amin Der kostet mir jetzt helfen Pass auf, Leute So ein Stoßgebiet absetzen Hab schon Ich will nur mein Bargeld bei mir Mir kann der Lucha, Bruder, du hast dir Glück gebracht Auf Hamschik Eine 3-Euro-Donation Let's go, Mann Der frag mich noch, ob das das Land von Ibra ist Und da verliere ich War doch Land von Ibra, oder nicht? Ja, wo mal in der Küche neben dem Dings steht ein Eimer Neben dem, also am warmen Dings Ich dachte echt, es wäre schlimmer Aber es ist schon eklig Aus Ehrenmann-Basis Ich denke, es ist auch echt schlimm Es ist schon eklig, aber es ist nicht, dass ich kotzen muss Bist ihr dir sicher, Digga? Ja, ich bin eh Er nimmt so einen Mini-Schluck, Alter Ich sage dir, es ist krass eklig, Alter Ich muss sagen Ich habe dir gesagt, es ist krass eklig, Digga Und es brennt voll in der Fresse Für ihn ist es schlimmer als für mich Das war es so eine commodore Und da glaube ich auch